Wer hält das Länge im Eiswasser aus? Freunde, die Spielregeln sind folgendermaßen. Wir werden in dieses Eiswasser reingehen. Wer am längsten drinne bleibt, hat die Challenge gewonnen. Wir haben gerade um die minus 5 bis 7 Grad. Kleiner Run-Fact. Die Challenge läuft, sobald wir mit dem ganzen Körper im Wasser sind. Der, der als erstes aus dem Wasser steigt, hat die Challenge verloren. Oh, ich hätte davor meinen Bart abrasieren sollen. Das wird kalt. Ich bin echt drin, Alter. Das ist Eis. Halt nicht, Mann. Meine Fäße. Ich komme schneller. Nein, Jungs. Ich schwöre, das ist... Warte, warte, warte. Ich habe noch nie so eine Kette. Nein, nein, wir kriegen Schock, nein, nein, wir kriegen Schock. Nein, 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 ich muss raus, ich muss wieder raus. Lass mich raus, lass mich raus, lass mich raus, ich muss mich vorbekommen. Nein, Komi, ich bin schockt. Los, jetzt seid ihr schon drin, auf geht's. Oh, Junge, das ist nicht normal, Bro. Ich schütze. Warte, komm, Junge, schneller. Ah, ich fülle meine Beine aus. Pass auf, ey. Ey, ey, wir müssen schneller machen, bitte. Okay, okay, okay. Warte, ey, der greift uns nicht an. Der greift uns nicht an. Ey, Bruder, du bist nicht so. Die haben schon einen Zuschauer, Jungs. Drei, zwei, eins und go. Ey, ich kriege keine Luft. Die pflanzen. Ey, na, tiefer rein. Bis zu den Schultern. Ich kriege keine Luft. Komm, Jungs. Ey, ich bin komplett drin, geh runter. Ich bin doch fremd. Geh runter. Ich bin doch fremd. Nein. Mein Halt ist drin. So, geh raus, geh schon, geh raus. Geh du. Ich kann nicht. Geh jetzt. Ich kriege gerade, komm ab. Geh runter, geh raus. Geh raus. Nein. 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 Ich kriege Herzinfarkt, geh. Ich glaube, man darf nicht so lange. Drei Minuten maximal geht vom gesundheitlichen Aspekt her. Was? Ey, komm, wir gehen raus. Schmeiß dich. Nein, nein. Nein. Geh raus. Geh raus, Einer. Heide, geh. Es lebt gefährlich. Bitte, Schohan. Ich kriege keine Luft mehr. Dann geh raus. Dann geh raus. Komm, gib Hand. Dann geh raus. Nein. Nein. Junge, ich sterbe lang. Ich bin drinnen, Mann. Ich bin drinnen. Und? Ich kipp um, ich schwir. Wie geht es euch so, Jungs? Ich kipp um. Meine ganze Haut, ich spüre sie nicht mehr. Ich spüre gar nichts. Habt ihr Schmerzen? Ja. Komm, bitte gehen wir raus. Nein. Ich will gewinnen. Bitte. Geh raus. Nein. Geh raus. Okay, komm, wir gehen zusammen. Alter, Jungs, Alter. Einer muss doch die Challenge gewinnen. Nein, nein, Junge. Ich kipp gleich um. Es ist Eis. Eis. Guck mal. Einer, geh. Raus. Junge, ich spüre nicht. Ich kipp gleich um. Pils. Ach, die Scheiße, Alter. Meine Hand ist schon kalt. Sollte man sich bewegen, oder? Ich hab gedacht, ich kippe mal um. Das war das Schlimmste. Ich bin tot. Mein Geist hat mich verlassen, ich schwör. Wer hat die Scheiß-Challenge jetzt gewonnen? Keiner. Fünf Punkte für beide. Ich hab Angst gehabt, dass ich gleich umkippe. Ich schwör, mir war schwindelig. Freunde, das war's. Abonniert den Kanal, um die nächsten Challenges nicht zu verpassen. Bis dann und ho ho ho.